Heute seht ihr den heftigsten im Gefängnis aus und auf der ganzen Welt, Freunde. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr komplex und wir müssen viele Dinge erledigen. Ob wir es schaffen, werdet ihr sehen. Jetzt viel Spaß beim Video und Abfahrt. Boah, wir sind fast... Ey, ey, ey. Da vorne, da vorne, da vorne. Vorsicht! Ja, ich weiß, wir sind fast beim Gefängnis. Wir haben doofe Sachen gemacht, Kaspar. Wir hätten uns geschossen gerade. Ich glaube auch. Wir wollten doch da vorne nur zum Hafen, oder was? Wo geht's denn jetzt hin, sag mal? Ab ins Gefängnis. Los geht's. Wir sind einfach gefangen, weil wir so böse sind, Broxo. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh Mann, ich will nicht ins Gefängnis. Ich will nicht in den Gefängnissen. Wir haben doch nur ein paar Sachen geklaut, mehr nicht. Mann, ey, ist so. Boah! Okay, Broxo, wir sind jetzt anscheinend auf der Gefängnisinsel, ne? Ja, ja, wir entkommen jetzt hier am besten. Gute Frage. Also wir müssen irgendwie entkommen. Aber hast du irgendwie... Guck mal, weißt du, was soll ich dir mal was sagen? Was denn? Ich war vorher, bevor ich hier eingesessen bin, war ich einfach ein Hacker zu Hause. Und zu Hause konnte ich mich in Sachen reinhacken. Das heißt, eventuell willst du mit mir befreundet sein hier. Ja. Ich kann mich gut in Schlösser reinhacken und so ein Stuff, ne? Ich kann mich da einfach reinhacken. Ja, dann zieh erstmal deine Kluft an, die man sich leider anziehen muss. Okay, okay, ich mach das lieber mal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nämlich... Ja. Oh mein Gott, das hast du nicht gesehen. Ich hab ein Handy mit reingeschmuggelt. Als ob. Ich hab ein Handy mit reingeschmuggelt. Das habe ich gar nicht gesehen, glaube ich. Kannst du das mal zeigen? Oh mein Gott, wie hast du das denn geschafft? Ich hab meine Fäuste reingeschmuggelt. Ich hab mir das in die Suppe reingesteckt. Okay, sehr gut. Dann der Bus fährt gleich schon los, Kasper. Mach dich bereit, mach dir was gefasst. Ja, ja, ja. Ich versteck mich hier lieber mal ein bisschen. Wow. Dr. Locko. Oh mein Gott, der ist voll verrückt, weil der so grüne Haare hat. Ist so. Und jetzt? Wo sollen wir jetzt hin? Wir sollen jetzt hier... Okay, die sagen uns, wir sollen hier reingehen oder was? Wie siehst du eigentlich aus? Du hast ja eine Partie. Warte, ich könnte die ausrauben. Stimmt, ich auch. Wollen wir? Jetzt, let's go. Drei, zwei, eins, los. Ich hab ihn ausgeraubt. Nein, ich nicht. Nein, er hat mich umgeboxt. Au, er boxt mich. Nein. Ey, Mann. Ich hab zehn Leben verloren, Mann. Ich probiere mal. Und? Ja. Oh Gott, nein. Die Tasche war... Oh mein Gott. Was? Du hast es geschafft, du hast? Die Tasche war leer einfach. Die Tasche war leer. Ey, ich hab ihn zwei Dollar geklaut. Er hat mich dafür verprügelt. Ich kann mich hier reinhecken. Warte mal, geh weg, geh weg, weg. Als ob. Mach auf, mach auf. Warte mal, und? Bam. Ist auf, ist auf, ist auf. Oder nichts verschlossen. Ist verschlossen. Warte, ich. Okay. Ah, nee, stimmt. Nee, es ist zu. Komm, komm, komm. Wir müssen erst mal ein bisschen erkunden. Hier geht's rein, guck mal. Ja, wir können ja auch andere Polizeileute ausrauben. Ich hab nur oben nur zwei Leben. Ich auch, ich auch. Die ganze Zeit aber schon. Ach so, ich hab eben drei. Wo gehst du jetzt hier hin? Hier mit der können wir reden. Guten Tag. Okay. Guten Tag. Wir können wir eine Spritze bringen und ein Pflaster. Warte, das können wir auch machen. Komm, wir haben Mad-It. Stimmt. Okay, machen wir mal auch hier. Oh mein Gott, Gold. Lol, hast du Gold gefunden oder was? Glaube ich. Okay. Was können wir hier noch machen? Machen wir denn Schränken? Was ist das denn hier alles? Eine Spritze und wilder Waren. Ich hab Geld gefunden. Ich auch. Oh ja, und noch mehr Geld. Oh, sehr gut. Guck mal, was haben wir hier noch in der Ecke? Ist hier noch in der Ecke noch irgendwas? Ah, können wir nicht rein. Ja. Hier, lass weiterkunden, lass weiterkunden. Naja, okay, 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 okay. Wir brauchen noch mehr Geld und noch mehr Items. Hier sind die Runden los. Ach, gehen wir doch nicht rein. Waffenraum da vorne, ne? Siehst du den? Wir brauchen leider eine Schere, um das aufzumachen. Hm, stimmt. Ah, und darf auch... Das aufmachen? Nee. Hier vielleicht wieder lang. Komm, wir gehen mal hier mal nach oben. Wir gehen mal nach oben. Was ist denn hier? Guck mal, ein Kerker. Hm, stimmt. Wo führt denn der hin? So ein Kerker. Hier. Wo ist das denn? Das ist ja so eine geheime Notiz oder was? Ja, anscheinend schon. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir ein bisschen weiter jetzt hier. Hier ist Geld noch. Okay. Wichtig, wichtig mitnehmen. Ja. Jo, nehmen wir mit. Okay, weiter geht's. Okay, zwei Dollar jetzt wieder. So. Nach oben geht's doch nach oben, ne? Lass mal nach oben gehen hier. Okay, mal gucken, was wir hier oben haben. In die Räume. Ja, Lüftungsschacht hier, guck mal. Der Heimgang. Oh mein Gott. Loll. Ich bin mit drin. Und? Oh, es geht wieder raus. Wie jetzt? Ey, ist aber gut zu wissen, wenn wir entkommen wollen und sowas, ne? Ich bin, wenn wir uns schnell verstecken wollen oder so. Ja, ist echt gut. Dann lass mal wieder zu der andere gehen nach vorne. Ich bin hier unten. Der Breakroom. Okay, warte. Ich komme nach unten. Ich bin bei dir jetzt hier. Okay, lass mal nach unten gehen. Sehr gut. Oh, Dr. Loco kommt. Nein. Oh Gott, alle schnell in die Cafeteria. Wo ist die denn? Oh Gott, Dr. Loco. Oh Gott, Dr. Loco. Der sieht so gruselig aus. Der sieht echt so gruselig aus. Na toll, ey. Oh, oh. Was ist das? Hörst du, das ist Buffy. Was ist das? Nein, das ist Buffy. Oh mein Gott. Das ist der stärkste im Knast, oder was? Ich habe gehört, der sitzt schon seit 35 Jahren. Ich weiß, der wurde gerade hier rüber transferiert, weil er bei dem einen einfach die Stangen durchbogen hat. Oh mein Gott, der ist so stark, ne? Oh mein Gott. Was ist der denn jetzt? Jetzt ist es jetzt ein ganzer Menschen. Wow. Was macht denn der? Oh mein Gott. Hast du gesehen? Der ist ja voll durchgelegt. Oh mein Gott. Einfach Buffy. Müssen wir den jetzt irgendwie angreifen oder so? Kampf. Kämpf. Nein. Kämpf gegen die anderen. Los, mach was mit deinem Handy. Kann ich dir? Boom. Ja, okay. Boom. Handyangriff. Boom. Ich hau die alle kaputt. Ich kann die weglasern mit meinem Handy. Zack. Ja, guck mal. Ich mach voll die Laserstrahlen auf die. Bam. Bam. Und nochmal eine glasern. Ich verpüle die auch da wirklich doll. Dich hab ich. Oh mein Gott, hier sind noch Kekse und sowas. Ich hab auf jeden Fall einige geholt gerade. Ich hab auch ein paar hier. Bam, 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 bam. Alle Eckern und hier. Oh Gott, Buffy. Buffy ist durchgedreht, Broxo. Ich weiß, da macht hier irgendwas. Im Taser und oh mein Gott. Ja, der kommt an die Hundeleine. Ein Elektroschocker. Okay, also da hat Buffy hier schon mal ein bisschen Action gemacht, ne? Hm, läuft auch gut. Weil hier noch alles okay ist. So ein Holzstück und sowas. Ich nehm mir jetzt auf jeden Fall erst was zu essen hier vorne. So. Ja. Ich nehm, glaub ich, noch ein bisschen Milch hier. So ein Tablett da noch. Zack, zack. Okay, ich hab alles. Jetzt kann man nicht essen, oder was? Ja, so, das hier und jetzt zurück da vorne. Iiiiih, ich bin voll dreckig. Ich auch, die vergammelten Arme. Äh. Komm, wir gehen mal nach der vorne Box. Ich glaub, wir können hier irgendwo lang gehen. Ja, ich glaub auch. Komm, lass uns mal sauber machen. Ja, ja. Guck mal, hier braucht man so einen Hammer, kann man da anmachen. Und dann kannst du das Waschrock kaputt machen. Lol, da läuft das ganze Wasser raus. Als ob, okay, warte mal. Dann brauchen wir am besten jetzt... Warte mal, warte mal. Was? Ist hier irgendwo... Hier? Oh Gott, ich muss das mal nochmal kurz kacken. Ist hier irgendwo vielleicht so Klopapier? Das konnten wir ja dem einen Typen ja bringen, ne? Können wir dem einen Klopapier bringen? Warte mal. Ja, Klopapier und ein Stein, da macht uns eine Schere. Ich glaub, ich mach das zu, ich mach die Filette gerade kaputt. Alter, was? Bist du verrückt? Ja, guck mal. Ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht. Zack. Oh mein Gott, ein Geheimausgang. Hä? Was, lol? Ich bin in der Kalisation. Aber es ist zu hier, ne? Hier unten? Oh, oh. Hier geht's lang. Nee, nee, wir können ja... Oh, oh. Nicht, dass die uns erwischen jetzt hier gleich direkt. Oh, das wär echt blöd, ne? Oh nein, Boxo, wir müssen schnell wieder zurück, bevor die merken, dass wir fliehen wollen. Erstmal die Wäsche waschen. Erstmal die Wäsche waschen, okay. Aber was ist das da? Die Ekelwäsche. Dann soll ja auch anscheinend... Okay, dann komm. Okay, komm, wir sollen jetzt immer was nehmen und dann da reinpacken, ne? Hier, war doch rein. Nee, erst mal waschen. Erstmal in die Waschmischinen rein. Aha, okay. Erstmal waschen hier. So, rein damit. Hier, nächste. Ich hab ein Pflaster aufgesammelt. Ey, ist ja eklig. Wem konnten wir das nochmal bringen, das Pflaster? Pflaster und Spritze konnten wir der Krankenschwester bringen. Konnten wir echt bringen? Ja, safe, safe, safe. Aber wir haben eine Spritze aufgesammelt. So, hier noch ein paar Sachen. Hier ein bisschen waschen und sowas. So, wieder Dreckswäsche rein damit. Ist die auch mal fertig? Ja, wir müssen, glaube ich. Ich glaub, wir müssen hier so langsam... So, jetzt hab ich hier wieder was gewaschen. Sehr gut, wieder fertig. Ach, hier. Hier, komm. Nee. Ist auch aber nicht ein Wettbewerb oder sowas, oder? Ich glaub, ich hab auch einen Pflaster gefunden. Ich glaub, das könnte, wer am meisten wäscht. Ich glaub auch. Könnte auch sein, ne? Ich hab noch gar nichts gewaschen. Ja, so. Ist jetzt mal fertig hier vorne, oder was? Ey, da hat jemand meins rausgeholt. Wieso hab ich noch gar nichts gewaschen? Der Vollassi. Der holt sich das raus. Und wieso hab ich noch nichts gewaschen? Gute Frage, ne? Hier, das nehm ich hier. Du musst halt immer eins nehmen und zur Waschmaschine bringen, ne? Hab ich doch. Du musst das aus dem Pflaster holen. Ey, ich hab doch alles gewaschen. Oh, guck mal, der hat gewonnen. Der hat gewonnen. Der hat gewonnen, der eine. Oh, ja. Jetzt geht's doch noch bringen. War nicht schlecht. Ah, okay. Aber denkst du, können wir dem Pflaster irgendwo hin? Oder gehen wir weiter? Nee, das was, da brauchen wir. Und wir brauchen noch zusätzlich zum Pflaster. Da brauchen wir noch was. Und zwar, äh, was war das jetzt nochmal? Irgendwas, da macht ihr uns ein Medkit. Eine Spritze. Oh, das wär natürlich nicht schlecht, ne? Mhm. Kann ich ihn ausrauben? Wo geht's jetzt hin? Ist es jetzt hier in den dunklen Kerker, oder was? Ich will nicht in den dunklen Kerker. Oh Gott, es ist nachts. Lol. Lol. Okay. Können wir jetzt, sind wir jetzt alleine unterwegs? Ich glaube ja, jetzt müssen wir nur noch ausbrechen, oder? Ja, ich glaube auch. Ja! Okay, wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Irgendeiner läuft hier rum, der ist durchgedreht. Pass auf, sieht es ein Damian auf? Der ist anscheinend ein bisschen komisch drauf. Lass uns mal, wollen wir mal irgendwie wieder zurück irgendwo, wo wollen wir hin? Lass uns mal zum Klo. Warte, vielleicht. Ja? Ja, da können wir uns nämlich eine Schere machen lassen. Sollen die doch gerade folgen, oder nicht? Echt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ja. Hier ist so eine kaputte Wand, die kannst du bestimmt kaputt machen, oder? Kann ich das? Hier, Damian, guck mal, der macht die kaputt. Oh, wir sollen uns eine Zelle aussuchen, schnell. Ich nehme diese hier. Oh mein Gott. Oh Gott. Die ist schon voll, ich nehme diese hier. Ich habe die kaputt gemacht. Hast du echt? Ja. Oh mein Gott. Und jetzt können wir da entkommen, oder was? Ich weiß es nicht. Nee, noch nicht, noch nicht. Wir sollen uns erst mal eine Zelle aussuchen hier vorne. Sicher? Ich will mir keine Zelle aussuchen, du hast schon eine. Guck mal hier. Meine Zelle hier. Ey, lass mal Zellennachbarn sein. Hier sind wir ja gerade. Ja, sehr gut. Aber kann ich hier irgendwas nebenehen, ne? Hier vorne, kann man da nicht reingehen? Ist einfach zerbrochen, die komplette Wand. So, was hast du da vorne gesehen? Eine kaputte Wand? Nee, ich habe die ja kaputt gehauen. Nee, wir müssen mal kurz warten. Also irgendwas ist hier... Ein geheimer Tunnel, nämlich. Ich bin hier aufgebrochen. Komm mal. Komm, wir gehen in den Tunnel rein, würde ich sagen, oder? Aber alle sagen folgen, dann folgen wir denen jetzt auch. Ist so, rein in den Tunnel geht es hier vorne. Ich bin in den geheimen Tunnel. So, ich bin bereit, hier abzu-unboxen. Lass mal rein, geh in den Tunnel. Okay, lass mal rein jetzt hier. Okay, okay. Und wo geht man hin, ist die Frage, ne? Ey, das sieht echt interessant aus. Vielleicht können wir hier halt direkt schon irgendwo abhauen oder sowas. Ey, das wäre mega praktisch. Wir haben noch nicht mal eine Zelle von innen gesehen. Oh mein Gott. Was war das gerade? Oh mein Gott. Hast du es auch gerade gesehen, Waffen? Oh mein Gott. Hier eine Minigun für 99 Robux. Was? Boah, was? Nico. Wofür brauchen wir das? Wir können eine Spitzhacke nehmen. Ja, aber das bringt gar nichts. Warte mal, hier aufmachen. Hier ist auch Geld. Okay, sehr gut. Okay, schnapp dir das Geld jetzt alles, was du haben kannst. Apfel, dann können wir hier vorne noch einen Apfel nehmen und Geld und sowas. Okay, 37 Münzen. Ich kann mir gar nichts kaufen. Doch, hier die Armbrust. Ich will auch die Armbrust kaufen. So, gekauft. Habe ich jetzt am Start. Sehr gut. Und jetzt? Hä? Oh, jetzt kann ich damit schießen. Okay, das geht mal sehr. Man kann sich auch Cash kaufen. Du könntest ja auch die Minigun kaufen für 99 Robux, ne? Ich kaufe mir die Shotgun. Die Shotgun? Oh, oh. Oh, oh. Okay, mach mal. Oh, oh. Die haben, die jetzt, dass sie entkommen sind. Nein, oh Gott. Wo sollen wir jetzt hin, ist die Frage. Okay, jetzt wird's doof. Jetzt kommt das ganze SWAT-Team. Jetzt wissen wir. Das SWAT-Team kommt. Das SWAT-Team kommt. Oh, oh. Was? Hast du auch gerade gehört? Oh nein. Sie haben es gefunden. Oh mein Gott. Oh nicht. Aua, sie verprügeln mich. Schieß, 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 schieß. Ich schieß an der Schattel rein. Und meine Handy-Attacke. Ja, ja. Ja, ich ballere da richtig rein. Ich ballere da richtig rein. Ich ballere da auch. Nächsten habe ich. Ja. Letzten, letzten, letzten Handy-Attacke. Bats habe ich. Und noch meine Handy-Attacke habe ich auch. Okay, sehr, sehr gut. Hier ist noch irgendwo einer. Wir haben alle bis hin. Wir haben alle bis hin. Ey, was? Oh mein Gott. Wir sind ja so verrückt. Wir sind ja unnormal verrückt. Aber jetzt kommen wir jetzt hier am besten raus. Die wissen halt jetzt, wo wir sind. Das ist das Problem. Ja, ich weiß. Wir können jetzt nicht mehr zurückboxen. So ist ja das klar. Wir müssen jetzt einen anderen Weg hier rausfinden. Ja, das ist mir schon bewusst gerade. Wir müssen ja anscheinend echt diese Spitzhacke benutzen. Ah, guck mal. Wir können uns die Spitzhacke holen. Und jetzt können wir... Ich kann auch durchhauen. Bam. Ja, ich mach mal. Noa. Wow. Kann ich das auch? Ja, ich kann hier mit meinem Handy. Bam. Und bam. Oha. Guck mal, wie schnell das jetzt geht. Zack. Und nochmal. Ja. Und jetzt? Jetzt wirst du, glaube ich, da ein bisschen durchbuddeln. Ah, mit der Spitzhacke jetzt. Komm. Zack. Und Angriff. Zack. Zack. Bringt das hier irgendwas? Und zack. Ja. Ja. Sehr gut. Schritt zum Schritt. Alle kaputt machen. Okay, 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 okay. Komm, ich mach so viel kaputt, wie ich kann. Ich auch, ich auch, ich auch. Oh, du hast schon sieben kaputt gemacht. Du bist schon der Arbeiter. Ich mach's dir alle kaputt. Lol, was? Ich bin eine richtige Maschine, sag mal. Ja, ja. Hier. Ich bin auch richtig stark mit dem Ding. Hier. Kann ich hier nach oben irgendein bisschen was kaputt machen? Hä, ich krieg das gefühlt gar nicht kaputt, ne? Boah, ich muss grad irgendwie... Ich hab keine Power oder so. Irgendwie einen Weg nach draußen finden. Oh, nee, warte mal, das ist der falsche Weg. Hier geht's lang? Doch, hier geht's schon lang. Das ist, glaube ich, schon richtig. Ja, ja, safe, safe, safe hier lang, ja. Mhm. Hier. Hm. Aber wo jetzt lang? Ja, hier. Okay, du baust dir den Weg nach oben, oder? Hier können wir rausgehen. Stimmt. Bau dich durch. Ja. Boah. Oh mein Gott, du hast ja easy gewonnen. Alter. Du hast ja mal easy gewonnen. Okay, ich würd' sagen, ich belohme mich jetzt direkt mal mit dem Apfel, ne? Hm, mach das mal, gönnt' ich mal. Jetzt kann man nämlich einen Apfel... Oh! Oh Gott, wir sind draußen. Oh mein Gott. Guck mal. Jetzt sind wir hier irgendwo, aber da hast du geschützt, pass auf. Schnell machst du kaputt, das ist kaputt. Oh mein Gott, das müssen wir irgendwie kaputt machen, ne? Oh Gott, oh Gott, die haben geschützt, die müssen wir doch kaputt machen, damit wir hier entkommen können. Ich mach meine Handy-Power und bam! Mhm. Bam! Wir haben eine Hacker-Power, die geht schon klar, muss ich sagen. Bam, ist kaputt, ist kaputt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir gehen weiter, wir gehen weiter. Da vorne ist noch eins, da vorne ist noch eins. Ja, ich seh's, ich seh's. Handy-Power! Zack! Los! Box das! Pats! 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 Okay, meine Schottkern ist richtig heftig, ich muss die öfter benutzen. Wo bist du? Alter, ich hab die Hacker kaputt gemacht, hier das nächste, den nächsten Turm, so, ist Schrott. Okay, und jetzt? Es geht locker noch weiter mit solchen Gegnern. Hier aufs Fass und dann rüber? Warte mal, hier können wir rein. Aber wo ging es denn da jetzt rein? Hä? Oh, oh, Boris! Nicht so schnell, Insassen! Boris, hau ab! Boris, ich warne dich! Kann ich ihn abschießen da oben? Nee, bringt gar nichts. Nee, der ist zu weit weg. Ey, Granaten! Vorsicht! Nein, ich bin tot, Leute! Was? Leute, was auf, die sind One-Hate! Oh mein Gott, die sind richtig gut! Hier, Handy-Attacke auf dich! Hilfe! Hilfe! Dich kriege ich, dich kriege ich! Ja, dich hab ich! So, nächstes Mal, der nächste... Oh, oh, oh! Mein, ich hab ganz viel Leben grad bekommen, warum auch immer. Brauchst du Hilfe, brauchst du Hilfe? Ich kann dir helfen hier. Da oben, der letzte! Ich hab ihn geholt, hab ihn geholt! Oh mein Gott! Ah, Affel gegessen, sehr gut! Und jetzt? Wichtig, wichtig! Was ist denn jetzt los? Oh nein! Jetzt hier der Endbox, oder was? Oh nein! Boris! Wo ist er, wo ist er? Boris, wo bist du, hä? Da drüben, da drüben ist er. Hier vorne! Angriff! Die Beton ist nicht so heftig, muss ich sagen. Oh Gott, ich mach ihm 30 Schaden jedes Mal, er hat 2000 Schaden, ne? Alter, ich mach ihn richtig, ich mach ihn richtig viel Schaden gerade. Ich mach natürlich Schaden, ach! Zack, zack, zack! Alter, ich mach übel viel Schaden auf ihn! Okay, okay, sehr gut! Hier, nochmal, weiter geht's hier! Bam, bam, bam! Alter, er sticht mir mit dem Messer ab! Und mit dem Handy nochmal, ich hecke mich rein in seine Schutzweste! Ich schieße mir eine Pistole! Die Pistole! Er sticht um sich! Wow, jetzt! Ich hab ihn! Alter, der hat einfach um sich gestochen, ey, wie so ein Verrückter! Ich sag dir, der wollte mich hier schon killen! Oh mein Gott, wie viele sind jetzt da? Oh mein Gott, was? Das sind andere Insassen, glaub ich! Glaubst du? Hier, die brechen hier durch! Guck mal, mach mal auf hier! Das sind Kisten! Ach, leu, mach mal auf hier das Fenster! Guck mal, Brock, so! Muss ich durchboxen? Müssen hier rein, müsst ihr rein! Ihr kriegt's nicht auf! Schön, einboxen, reinboxen, reinboxen! Und... Jeppi! Wir haben's reingeklappt! Okay, wir sind drin, nicht drin! Oh nein! Oh Gott, wo geht's hin, wo geht's hin, wo geht's hin? Ah! Oh, hier, das müsst ihr durchbrechen, die Teile! Okay, das sollten wir hinbekommen! Pass auf die Boxen auf! Ach, da ist irgendwas in einem von den Boxen, ist da was drinne! Ja, locker, so ein Cutter oder sowas! Ja, ich mach die mit dem Handy, mach ich die One-Hit kaputt, ne? Krass! Die sind oben auch noch! Hier war gar nix! Hier war gar nix jetzt! Wir sind auch oben alle! Ja, hier oben nochmal gucken! So, ich mach nur meine Handy-Attacke! Hier, Cutter, ich hab ihn! Ich hab ihn! Okay! Sehr gut, loih! Wie, ich hab das schon! So, okay, jetzt hab ich das! Und jetzt müssen wir wieder runter, ne? Ja, jetzt müssen wir das Aufbrechen, glaub ich, das Ding! Aha! So, komm schnell nach draußen, Kasper! Wir müssen jetzt aufbrechen! Wir müssen auf die Kette und... Zack! Jetzt bin! Das ging hier gerade in irgendein Keller runter oder sowas! Okay, dann lass mal hier hin, oder was? Das geht hier ab! Das ist ein U-Boot! Rein hier ins U-Boot! Oh, das ist ein U-Boot! Okay! Ist hier einer, hä? Ist hier weiter runter? Wo geht's hier hin? Wo geht's hier hin? Wo sind wir jetzt hier? Hier ist dann, glaub ich... Hier sind Torpedos oder sowas! Oh mein Gott, ich seh's! Ja, wir müssen hier... Wir müssen gleich in diesen Raum rennen, Brock! Wir müssen... Ich glaub, das legt gleich ab, das Ding! Ich glaube, das Teil legt gleich ab! In welchen Raum müssen wir? Hier unten im Keller ist ein Raum mit so einer schwarzen Tür, aber da geht's nicht weiter! Okay, deswegen ist das jetzt hier... Sind wir jetzt schon entkommen, oder was? Ja, wir müssen das Ding noch zum Starten bringen! Wir haben's geschafft, Brock! Was? Wir sind entkommen! Ja, mit dem U-Boot! Alter, das war das Ende 7 von 8! Alter, sehr schön! Ja! Das ist das von dem Video gewesen sein! Ich würde euch gefallen, lasst gerne ein Like und ein Abo da! Wenn's so ist, checkt gerne in meinen Videos aus! Haut rein! Bis morgen! Ciao, ciao! Ciao!